so dass da tinten 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 rin tinten shiny ingrid kein plan fertig können wir endlich mal hinsetzen aber wisst ihr mal was den spaß werde ich mir jetzt mal erlauben den spaß da oben rein zu tun so ich möchte gerne die biene hier erforscht haben spezies meadows in slow flowers 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 ist ja schön neun mal sechs mal neun ist die arena dass das noch durchlaufen naja das musste doch hier so funktioniert das klima normal humanity normal normal durian nicoe flyer kreif possible produce das ha ha possible mutation keinen plan beekeeping 101 so machen wir das mit euch auch gleich noch mal naja trallali trallalue trallalala possible produce das und das und das und das okay so sehr schön machen wir hier vorne einen hin eigentlich eine schnucki idee haben wir hier vielleicht auch mal ein paar schöne blümchen irgendwann hallo mein neues bienenheim so meadow und ganz viele drohen viel spaß beim pischstäuben so dann können die hier nämlich sich fröhlich ausbreiten aber noch eine meadow box über meadow box sei schon appear re hier ist jetzt natürlich nichts mehr drinne vorerst da müssen wir dann mal gucken was wir da reinsetzen das ist ja jetzt schauen wir mal ne schauen wir mal hier haben wir jetzt ja auch schon zwei bienenvölker hier schwärmt nichts mehr eine arid drone und wir haben wieder meadows rausgekriegt das ist wenigstens etwas jutes das deck nicht na dann machen wir mal aus der meadow hier eine queenie kriegt eine schöne drohne und wir haben was neues fein produziert zucker net upsala so du bist Na bit in a bit her access inserts los besoin A lalalacellence trallali trallalala mag es heiß. Kai? Das heißt, das ist was für die Wüste. Oh. Okay, okay, okay. Sagt mir herzlich wenig, das ist fast alles. Ah, das ist schön. Ich verstehe da fast nur Biene von. Oder Bahnhof, wie man es auch immer sehen möchte. So, unser erstes Solarpanel knallen wir mal hier hin. Und dann müssen wir wieder satt hier mal gucken, dass wir das dann umbauen da alles. Können wir ja vielleicht mal hier noch machen. Das heißt, wir brauchen jetzt ein MFE. Äh, MF, äh, MF, äh, MF, äh, oh, 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 gleich. Oh Gott, wie ist das Scheißding? Ah, ich glaube, ich war es dann noch hier gebaut worden. Dementsprechend wird da schon alles schief gehen. Das Copper Cable werden wir dann auch brauchen. Gegebenenfalls erst mal MFE. Vier Kristalle, Lebron Refined Iron. Na, was weiß ich hier. Noch eine Bienenbox hin, ne? Oh, da könnt ihr euch dann auch noch verlustieren. Da, 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 da. Wie geht's euch denn hier hinten? Sehr schön, sehr schön. Fleißig seid da, meine kleinen Bienenchen. Macht mir Honig. Boah, ha, 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 ha. So. Bla. Water Princess, genau. Modest. Da muss ich auch mal raus, was wir da alles überhaupt draus machen. Weil ich möchte mal wissen, Oh, shit. Wenn ich das in eine Zentrifuge schmeiße, was da rauskommt und so weiter und so fort. Das muss man hier mal wirklich auch mal alles testen irgendwie. so, den Bierlaser können wir auch erstmal hier reinpacken wir haben Zucker, Zucker ist was für da hinten für unsere Küche wo wir im Übrigen mal vielleicht wieder etwas zu essen machen sollten ich glaube wir brauchen ein paar wieder Erdbeeren und Erdnüsse und alles so schön ist wieder Erdbeer-Sandwich-Zeit dann und ich weiß jetzt immer noch, oh, Peanut Butter muss dann das sein, ich mag das Zeug nicht, aber irgendwie irgendwas muss ja unter ganz ehrlich, die Gäste so eine Scheibe Toast lieber mit Pur, aber irgendwie Butter oder was da unter, ne, 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 auch Brötchen ich schmier fast kein, also nur auf normales Brot tue ich Butter drauf, aber sonst so ist nicht so meins, ne nebenbei Brot, wir brauchen Brot das heißt wir brauchen hiervon so so das lohnte sich doch wieder ob man hier raus auch Seed Oil machen kann müsste man mal gucken aber wie gesagt ein MFE da erstmal hin damit wir wenigstens ein bisschen Energie mal zusammen klabüstern können so, dann brauche ich dich vielen Dank ist mal ganz sinnvoll und vor allem wenn wir ein bisschen mehr Energie haben können wir uns dann auch mal wie gesagt die Fishing Machine mal anschauen dass wir uns die mal hinsetzen dann bin ich eigentlich schon glücklich Sushi machen جum,жum,jum Reisfel da vorne könnten wir auch mal abernten wir könnten so viel hier machen mit Pemp's Commercecraft schlimm und schrecklich ist das egal jetzt gibt es erstmal was neues zu essen dann bin ich schon happy wieder was zu knabbern auf der Leiste und jetzt aber nehmen wir auch mal den regulären Weg außen rum So Wir brauchen Ach ja, Zugeherz Zugeherz, haben wir ja so Glück noch Ein bisschen was So, die Peanuts brauchen wir Das brauchen wir natürlich nicht Das brauchen wir aber Und das brauchen wir So, ich muss mal kurz überlegen Wie ging das bitte? Peanut Butter Einfach mit dem Juicer reinschmeißen Wumsa-Mazza Genau Für die Strawberry brauche ich feine Zucker Und das, alles klaro Alles klirro, alles klärchen So, zackig Rumst die Maus Was kommt da noch raus? Karamell Nice Idee Man könnte sich also auch mal Karamell machen So, Brot und alles Und Brummers, da unten haben wir es So und so Jawohl So, Peanut Butter So, jetzt haben wir wieder was zu essen Mann Macht dir auch gut Sack das Zeug Muss man dir mal zugeben Und dementsprechend Wow, dieser Zuckerbombe Also Kalorien dürfte das On Mass haben On Summers Hat das Zeug Hier könnten wir auch noch Ein Centisch rausmachen Egal Wir wollten einem MFE Und dafür wollten wir Refined Iron Acht Stück machen War doch Acht Richtig So, das ist MFE Dann das erste Solarpaneele Da mit drin Und dann müssen wir mal gucken Wie wir das alles da Wirklich umbauen Ai, ai, ai So, das läuft durch Das heißt, jetzt bräuchten wir Vier Rubine Und einen ganzen Haufen Voll Redstone Ich hoffe Nein Nein Wir haben nur drei Rubis Äh, hä Nein Machen wir nur Naja, dann müssen wir noch Einen Diamanten Wahrscheinlich opfern Oder wir machen mit Zwei Diamanten Zwei Rubis Ich hoffe, ob so viel Redstone Hier hinten noch rumfliegen Hoffe ich mal Äh, lala Äh, da So, zack Der erste Och, der erste ist gut Wir haben schon zwei Stück So, jetzt fehlt uns wieder Redstone Komm her, Redstone Brauchen wir auf wieder So Tralali, tralau Tralala Lalalala Wum, 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 wum Wum Energy Crystals Vier Stück Haben wir So, jetzt brauchen wir das hier Dafür brauchen wir nur Gold Cable Das kriegen wir, glaube ich, ganz einfach mal hin So, zwölf Gold Cable Lala Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Gummi Gib mal Gummi Und dafür brauchen wir nochmal das Hackebeil Aber dafür brauchen wir erstmal wieder nochmal Nacht Da ist auch das Refined Iron Ist wahrscheinlich durchgeschmolzen Ist sogar schon sehr gut Also Eile muss ich noch ein bisschen mehr drauf machen Das ist doch so langsam, wie wir hier rumrennen Mann, 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 Mann So, Bett Aber das Haus gefällt mir Auch wenn es immer noch so leer ist Man könnte ja auch überlegen, hier nochmal einen Keller unterzuzimmern Der hatte ich jetzt aber schon Einen Keller unterzumachen Wahrscheinlich würde ich dann hier so das Treppenhaus reinsetzen Würde sich zumindest anbieten So, das haben wir auch So Raviwutz Du bist nicht gewachsen Warum bist du nicht gewachsen? Oh, du bist gewachsen Noch jemand? Da Lulululululup Summs Und du auch Sehr schön Was macht ihr? Fleißig wie die Bienen Ja Na, er fängt an zu decayen Dann wollen wir mal nichts sagen So, 25 haben wir Ich weiß gar nicht Warum, halt immer Nehmen wir mal acht Stück erst mal Wir hoffen, dass wir damit erstmal ein Stückchen mit hinkommen So Wummsi Haben wir einen Maschinenblock Gut Wir brauchen nur noch Gummi Ich brauche sowas zuerst Und dann können wir das da hinten ausreißen Vor allen Dingen Generator nicht mehr brauchen Das so halbwegs nicht mehr brauchen Bin ich schon glücklich Wir brauchen aber noch eine Menge Copper Cable Höchstwahrscheinlich Ich weiß nicht Ich weiß nicht gerade, ob ich lieber da noch ein bisschen mehr durchjage Ja, komm Zack Dann haben wir erstmal Gummi Eigentlich kriegt man da vielleicht irgendwo noch mehr raus Powered furnace melting Ne, nur die beiden Gut Gums, rein damit So, dann nehmen wir die erstmal mit Dauerlauf Minecraft Sollen wir nochmal sagen, dass Ist das jetzt das richtig Isolated Nope Ah, wir brauchen zwei So sieht es doch schon mal besser aus Wie viel brauchen wir von den Kabeln dann? Vier Stück Das heißt, ich brauche so noch zwei Gummi Danke Ich brauche mir hier ein Förderband ein Dass ich nicht mehr laufen muss So Vier Stück Mehr möchte ich im Moment nicht haben Vielen Dank So, vier Stück Den Maschinenblock Und dich Und dich Und ich hoffe, das funktioniert mit denen jetzt auch Wir haben ein LBFE Ja Coppa Coppa Cabana Wie war denn das? Der Ranch Nein Wie heißt das, das Liebling eigentlich? Nein Das war doch aus Coppa, oder nicht? Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine Und wahrscheinlich haut ihr euch gerade vom Kopf Dass ich das Rezept wieder mal nicht in der Birne drin habe Was? French Ja, das ist doch French Äh Fuh Aus Bronze ist der Nicht aus Coppa Äh Bronze Wie kriege ich wieder Bronze? Aus dem Carpenter Nee, danke Bronze Bronze Inget Ja Naja Ist klar, ne? Äh Bronze Wir haben doch schon Bronze hergestellt Mann So Bronze blend Nein Bronze block Nein Wir hatten doch schon Bronze gemacht, oder nicht? Stimmt Stimmt Tin und, äh Das Tin und Coppa in den Indocation Furnace Ein Tin und drei Coppa Bis zum Bis zum